Wie ich einfach nicht hier rüber zählen kann, ist auch ein bisschen hohl, ne? Peng, 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 peng! Wieso sind die unter mir am rumballern? Fuck it. Und vor allem, ich wollte gerade mit Leertaste lossprinten und der bleibt einfach mal stehen. Was macht ihr hier? Ich habe ein Problem. Ich bin gleich tot in einem Schuss. Lass mich hier raus. Oh oh. Na komm. Trau dich nochmal. Raus. Und du auch. Komm. Das mit Headshots, das habe ich schon früher immer gut gekonnt. Also ihr könnt euch auch raustrauen. Oh. Vorne sind sogar zwei. Das war ein bisschen vorbei, mein Freund. Ich versuche es einfach mal. Komm. Yolo Maudadolo. Ah, ich bin tot. Ach, ich wurde vom Schild erschlagen. Ja, super. Aber die Puppgun ist auch ein bisschen zu langsam. Und macht zu wenig Schaden dafür, dass sie so langsam ist, macht sie einfach zu wenig Schaden. Das war wohl nichts, wa? Oh. Und das war auch nichts. Komm. Ah, schade. Ich habe nur gesehen, dass er gebrannt hat. Ich hatte gehofft, dass ich ihn dadurch auch töten könnte. Aber nein. Na, noch ein Gegner da. Ne, ne? Wow, wow, wow. Von allen Seiten wird hier geschossen. Okay, ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, fuck. Schade, Kleine. Oh, Tunnel. Aber ich habe sie dadurch, glaube ich, nicht getötet, leider. Ich muss hier jetzt eigentlich wieder runter. Von, das ist ein Gegner gewesen. Aber Cool Face tötet mal eben alle. Mit ihrer Pumpgun. Komm raus da. Komm, komm. Aua. Äh, was war das? Ach, der... Die Explosion hat mich im Nachhinein noch getötet. Hä? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was das jetzt war, aber... Ist ja auch so nicht wichtig. Muss ja auch nicht alles verstehen, ne? Payback's a bitch. Und du kannst jetzt bitte auch nochmal aufstehen, bitte. Kurz, ganz kurz. Nur so einen Blick, bitte, nach oben. Oh, dann du bleibst einfach. Und du stirbst einfach. Ja. Kommt da jetzt schon wieder ein Tunnel? Ja, ich befürchte ja. Oh, wodurch ist die gestorben? Ach, die wurde vom Schild erschlagen. Oh, da hatte ich gerade Glück, dass mir das nicht auch passiert ist. Und klar, der konnte mich jetzt durch die Sandsäcke erschießen. Also, äh... Mehr Lack geht ja schon gar nicht mehr. Und ich brenne direkt am Start. Direkt nach dem Spawn werde ich schon angezündet. Komm. Oh, fuck. Ach so, die steht dahinter. Ah. Das ist gar nicht mal so dumm. Äh, Schilder? Ah, Schilder sind vorbei. Gut. Komm. Frau dich raus. Ich weiß, dass du da bist. Oh. Das war gerade eine schlecht geworfene Frack. Ein bisschen die Position verändern. So, weg ist er. Der hat sich nicht wieder hingehockt. Das war sein Fehler. Und die war auch falsch. Komm, komm. Ich bin jetzt gerade gut drauf. Also, mit Positionskampf, da kenne ich mich aus. Nur halt, äh, so... Eins gegen eins, aber das ist nicht so ganz meins. Oh. Was war das? Ach, die ist schon wieder. Und jetzt holst du sich den Raketenwerfer an? Komm. Noch ein bisschen Munition. Dankeschön. Schon wieder ein Tunnel. Wie viele Tunnels gibt's denn hier? Ist ja wie ein Puff. So, äh... Bitte, ein Gegner. Ich wollte da eigentlich jetzt nicht hinraschen, aber... Dann rasche ich halt. Ah. Ja, okay. Oh. Oh, fuck. Die mit ihr Raketenwerferfer hat einfach mal in die Gruppe. Äh, geil. Richtig geil. Äh... Komm. Oh, ich will da jetzt eigentlich nicht durchwaschen. Äh, ups. Schild. Ich vergesse das jedes Mal, dass man hier im Tunnel vom Schild erschlagen wird. Wieso sind meine... Wieso ist mein Internet da so schlecht angezeigt? Also, nicht schlecht, aber... Nicht voll. Das ist ein bisschen sehr seltsam. Oh, fuck. Äh, Deckung. Ah, fuck. Ich hätte den anderen noch erwischen können. Wir können jetzt die Runde nicht noch aus der Hand geben, aber das werden wir auch nicht mehr. Nicht die letzten fünf Kills. Äh, wir müssen in Deckung bleiben, definitiv. Noch zwei Kills. Leute, noch zwei Kills. Jetzt vergebt ihr für einen Kill. Und gewonnen. Bäm. 14 zu 18. Na ja, gut. Ich hab schon mal schlechter gespielt. Das lässt sich auf jeden Fall sagen. Yay. Ich denke, ich werde die Folge auch in zwei Teile aufgeteilt haben. Dann zwei Acht-Minuten-Folgen oder so. Kann ich ja nochmal eben ins Equipment-Haus gucken. Ich hab 48.000, da kann ich mir nicht viel von kaufen. Sniper-Weifel habe ich ja leider noch nicht. Win the match on the final boarding map. Oh, und das werden wir in der nächsten Folge tun. Bis zum nächsten Mal.